hallo und willkommen zurück so wir müssen in das haus und ein buch suchen und Okay. 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 Ja. Bitte sag mir, sie bleibt bei mir. Anscheinend habe ich schon alles. Was bist du denn? Ach ja, in den Häusern war eine Erinnerung. In diesem Schloss lebt Elsa. Nein, warte. Das stimmt nicht. Nur ihre Schwester lebt dort. Annie? Angela? Warum kann ich mich nicht an ihren Namen erinnern? Hm. Aua, was läuft das schon mit Hängen mit Anna ab? Das ist gut. Rosalie ist halt immer noch lost. Oh, oh. Ah, ich weiß nicht. Er hat gerade wieder gelegt. Ich weiß nicht, was ich auch nicht so bin. Aber es ist nicht so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich nicht so hab. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, okay, was ich nicht so bist. Oh, direkt zwei Knutlochen nebeneinander. Spannend. Ach ja, sie müsste jetzt relativ fix hochleveln am Anfang. Christoph bleibt da, glaube ich, für immer stehen, solange ich nicht ins Brutal gehe. Na gut. Wehe, das Spiel stürzt jetzt wieder ab. Und ich soll jetzt schon gehen. Anscheinend. Aber Anna ist mitgekommen, immerhin. Hallo! Oh. Oh. Ich weiß das sehr zu schätzen. Also, Merlin suchen. Damit ich endlich diese Baumstümpfe loswerde. Oh, ich bin schon wieder Koi. Wo ist Merlin? Da vorne. Irgendwie läuft er den ganzen Tag irgendwo hin und her. Erich spielt Flöte, Christoph spielt, glaube ich, eine Laute. So. Ich schlüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Hätte ich da gerade schon irgendeine Pflanze mitnehmen können? Ich schlüpfe meinen Hut. Okay, wir können auf jeden Fall Jemel verkaufen. Nein, ich wollte doch gar nicht da dran. Nein, ich wollte doch gar nicht da dran, ich wollte doch gar nicht da dran, ich wollte doch gar nicht da dran. Achso, anscheinend muss ich das aus meinem Inventar drauf machen. Was ist das? Oh, mein Gott. Schön, dich zu sehen. Okay, also rand an die Baumstümpfe. Das Gute ist, die großen gehen direkt weg. Ich kann nicht schlafen, die Ranken wachsen sonst um mich herum, während ich vorangehe, wachsen sie in meinen Fußstopfen. Oh je. Okay. Okay. Ich glaube nicht, dass wir das können. Hallo. Hm? Oh. Vielen Dank. Oh. 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 Hallo. Oh. 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 Wieso? Vergessen wir direkt wieder Dinge? Nein! Lauf nicht weg! Hallo! Und gleite vor allem nicht weg! Was ist denn los mit ihr? Wir müssen noch abhängen. Mein Gott! Ruh die einfach ab! Ich würde gerne 15.000 zusammen bekommen. Für das vergessene Land. Vielleicht Kürbisse brauchen. So. So. Ach, jetzt kommt noch her. Oh, jetzt kommt noch ein. Perfekt. Hau die ganze Zeit daneben. Hau die ganze Zeit. Hau die ganze Zeit. Oh, oh, oh. Wie viel Platz hattest du noch? Ja. Ein bisschen was. Ich brauche auf jeden Fall Smaraktor. 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 Ach Mist, ich hätte nochmal durchs Portal gehen sollen. Ups. Ich brauche hier irgendeine Pflanze suchen. Ich brauche auf jeden Fall Smaraktor. Ich brauche auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall Smaraktor. 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 Cool. Direkt dann nach Cherry. So, wie viel war das denn? Ja, das kriegen wir hin. Ich muss hier noch was zum Grafen. Bleibt Christoph jetzt auch nicht für immer stehen. So, wie viel war das denn? Ah, da ist ein Grabungsding. Und zwei Traumschäden. Sie ist auch schon fast beim nächsten Level. Und zwei Traumschäden. Und zwei Traumschäden. Ah, perfekt. Und zwei Traumschäden. 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 Das war's für heute. War Merlin nicht irgendwo hier? Achso, ich habe Dagobert gehört, okay. Hm-hm. Hm-hm. Oh, oh, hallo? Danke, sehr freundlich von dir. Sanitäranlagen. Ich suche wirklich irgendwas, was ich ihm geben kann. Blauer Bartpferden. Oh, mein Level steigt. Sehr gut. Okay. Okay. Jetzt kann ich noch den Stall mitnehmen. Äpfel. Und ich glaube die Bananen auch. Perfekt. Hinein. Dann bringen wir mal eben kurz alles weg. Das hat jetzt schon mega viel gebracht mit so einem Baumstümpfen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich überlege gerade, ob wir noch was machen können. Oh, sag mir nicht, mir wird die ganze... Oh, Moment mal. So, Augenblick, was möchte Ursula alles haben? Haferbrei mit Früchten, Kürbisrollen, lilane Glockenblume. Und so noch. Ähm. Was haben denn die Paprikarollen? Käse? Ah ja. Dann ist es doch bestimmt. Kürbis. Käse. Ah ja, hoffe ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, sieht das gut aus? Oh. Perfekt. So, Haferbrei wird ja auf jeden Fall Weizen sein. Milch, würde ich sagen. Äh, Früchte. Was habe ich denn günstiges an Früchten? Das? Reicht das schon? Ich hoffe. Jo. Perfekt. Jetzt noch eine lila Glockenblume und dann ist super. Uiuiui. Aber dann ist sie wahrscheinlich die ganze Zeit in der Höhle, oder? Könnte gut sein. Äh, lila Glockenblume. Na, die habe ich doch schon, oder? Ja. So, dann können wir ihr nämlich direkt drei Geschenke bringen. So. Verfluchte Höhle. Darum finde ich die wahrscheinlich auch die ganze Zeit nicht. Das wird zwar als Ort angezeigt. Ich habe wirklich Glück, meine Nachbarn sind voll. Ich habe den Weg geprosen. Dann hopp die schon die ganze Zeit da drin. Cool. Sie ist die ganze Zeit hier. Oh, du bist es hervorgeholt. Hätten die aber ruhig anzeigen können, ne? Dass die da jetzt mit dem Icon anzeigen. Hallo, ihr Liebes. Ich krieg die doch jetzt locker noch auf Level 7. Ich krieg die doch jetzt locker noch auf Level 7. Ich krieg die ja. Die sind schön. Okay, rast du halt aus. Okay, rast du halt aus. Tauf möchte ich jetzt nicht eingehen, perfekt. Auf Wiedersehen, Liebes. Hallo, Liebes. Ja. Will sie mich verarschen? Das sind blaue Kreise, maximal. Na gut. Ich bringe ja morgen noch Geschenke. Kann ich damit was anfangen? Aber jetzt schlempelt Ursula hier wieder durch die Gegend. Das ist doch auch was. Habe ich Platz? Ja. 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 Das würde ich auch gerne so langsam aber sicher mal aufleveln. Sein gegrüßt, Nachbar. Ja. 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 Es ist okay, Grissam. Oh, das wird ein Marlin, also Schwer-Fisch. Oh, das wird ein Schwer-Fisch. Juhu, Geld! Oh, das wird ein Schwer-Fisch. 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 Wir brauchen so unendlich viel Kohle. Oh, das ist unglaublich. Oh, das wird ein Schwer-Fisch. Und da sind immer noch nicht die glänzenden von voll viel dabei. Oh, das wird ein Schwer-Fisch. Okay, okay, der Rest kann aber weg. Dann sollten wir... Dann sollten wir vielleicht mal Donald holen. Wir brauchen so ein Schwer-Fisch. Hmm. Wir brauchen so ein Schwer-Fisch. 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 Da ist er... Da ist er... Ein dunkles Schloss? Warum kommt der nicht einfach mit? Moment mal, welches dunkles Schloss? Also ich seh hier nie irgendwo ans. Ich habe dich auf den Weg gebracht. Gut. Man sieht Dürfen, ich bin da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 um ZDF für funk, 2017 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 Okay. So, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. So, das war's. 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 So. So. So, das war's. So, das war's. So. So, das war's. So, das war's. So. So, das war's. So. 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 So.